Die Big Step ist essentiell. Die Big Step ist einfach nur die Game-Mechanik. 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 Die Daumen-Mechanik. Komm hera. Ich kann ja auch mal gucken, was auf der anderen Seite ist. Bestimmt auch cool. Vor allen Dingen, warum es so einen komischen weiten Weg bis dahin geht. Irgendwer öhnt hier. Das war doch dieses blöde Geistergebiet. Das war's für mich. 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 Neuland-Ruin-Schlüssel. Juhu! oh ich weiß auf jeden fall dass ich die stadt hier hasse so richtig kacke sein unter anderem wegen dieser mücken so 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 ich bin da bald der seitenschwirt ja das heißt ich müsste dann jedes mal biete ich hier her reisen hier ist es deutlich sicherer die seelen zu fahren hier geht es einfacher und auch wieder zur brücke reisen und tut mir die seelen holen da muss ich gar nichts machen außer aufstehen und mich wieder hinsetzen da schießt er jetzt schon auf uns würde es könnte auch graue brocken dabei haben ach ich überlege wie viele probleme wir am anfang mit den füchern hatten warte dieses zurückspringen bei dem schratt ist manchmal komisch du meinst vor jedem drachen rasten pfeile kaufen das heißt ich müsste ein drachen machen hinreisen also hierher kommen pfeile kaufen wieder zurückgehen ja aber ich kann alles auf einmal machen ich kann hier nicht die wahrscheinlichkeit dass ich hier verrecke ist echt gering und ob ich nun jetzt kaufe oder dann wenn ich da bin dann werde ich meine genügten zu haben so ungefähr 5000 wenn 1000 wenn 1000 20 pfeile sind 40 80 80 ach geh mal lieber auf 10 höhenschild ach weg hier auch wir sind gestorben so gestoppt doch warst du karana du hast gesagt ich soll stoppen so gestoppt doch das ist aber nein nie in Hallöchen, guten Tag, Ahoi. Auf so rumzurennen. So, wenn du die drei getötet hast, die Tür links. Meinst du die da? Ja, aber juhu. Oder... Meinst du die da? Stopp. Geht's hier? Die da. Die da vorne. Da, wo ich jetzt gerade drauf zulaufen würde. Was ist mit der Tür? Und dann durch den Gang links. Hier ist kein Gang links. Da durch und dann links. Hallo. Gehe ich hier auf diesem wunderschönen Plateau? Und... Achso. Ja, hier links. Achso, wir gehen ein bisschen abkürzen. Musst doch das Let's Play in die Länge ziehen. Ach, du hast überlebt, du Sack. Ja, auf die zwei Sekunden. Hast recht. Oh nein, ich habe meine geheime Schwäche, die ich mit Cutter teile, äh, offenbart. Ich habe eine rechts-links Schwäche. Achso. Vielen Dank.